Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informant. Diesmal soll es um den Ledger Datenklau gehen, der stattgefunden hat. Ich möchte hier ein bisschen in das Ganze einweihen, was hier passiert ist, was zu tun ist und was ihr auf keinen Fall machen solltet und wo ihr besonders Acht geben müsst, weil ich habe schon in meinem letzten Video, das ich gemacht habe, zum Thema Ledger einrichten, das ich euch jetzt oben rechts in der Ecke verlinken werde, etliche Fragen bekommen, was hier zu tun ist und was hier falsch gelaufen ist und da habe ich gemerkt, es hat schon einige von euch erwischt. Deswegen jetzt ganz wichtig, dieses Video bis zum Ende schauen, es wird sich lohnen für jeden von euch und ihr werdet sicher das eine oder andere mitnehmen. Wer von euch einen Ledger Nano S oder Nano X hat, der klickt jetzt bitte mal den Like-Button und schreibt mir in die Kommentare, was er verwendet und wie es euch damit geht und teilt mir bitte auch mit, ob ihr auch hier an diesen Spam-Beteiligungszeiten, und ob ihr auch schon was bekommen habt und wie es euch damit geht. Bevor wir in das Ganze jetzt aber rein starten, noch einmal der Hinweis auf mein Notizbuch Crypto Assets, Simply a Safe Place, where I can access, das perfekte Notizbuch, um alles rund um Crypto zu notieren und natürlich auch den Seed für den Ledger Nano S oder Ledger Nano X. Schaut euch das unbedingt an, es hat einen riesen Mehrwert. Bevor es aber jetzt losgeht, hier noch einmal der Warnhinweis, dass alles der Unterhaltung dient und natürlich ist es auch möglich, dass wir beim Recherchieren was untergekommen ist, was nicht ganz korrekt ist, also man möge es mir nachsehen. Also wichtig, hier alles nur der Unterhaltung gedient und in keinster Weise irgendeine Anlageberatung. Was ist jetzt genau passiert? Es wurden Daten von Kunden und nur die Kunden, die wirklich bei Ledger direkt eingekauft haben, entwendet. Hierzu gehören die Adressdaten und Telefonnummer. Wichtig ist, und das muss man sich wirklich mit großer Farbe rot irgendwo hinschreiben, es wurden keine Daten aus Ledger Live entwendet und es wurden auch Private Keys oder Seeds nicht entwendet, weil selbige sind und bleiben auf den Ledger und sonst nirgendwo hin. Also das Einzige, was wirklich den Ledger verlässt, ist der Public Key und selbigen, wenn man damit experimentiert oder etwas hinschickt oder wegschickt, hier ist auch wirklich immer alles über den Ledger händisch zu bestätigen. Da kann eigentlich nichts passieren. Welche Folgen bringt das Ganze jetzt mit sich? Ja, es kann natürlich zu Fake-Kontaktaufnahmen aller Art führen. Ich habe auch schon gehört, dass es sogar schon Anrufe gegeben hat. Ich kann selbiges weder bestätigen noch dementieren. Ich war davon nicht betroffen. Ich habe nur Spam-Mails und auch ein oder zwei SMS bekommen, die recht witzig waren, wo behauptet wurde, dass ich in nächster Weise schnell agieren muss, weil sonst 0,03 Bitcoin von meinem Ledger abgezogen werden. Also absoluter Schwachsinn. Lasst euch davon nicht irritieren. Das hat überhaupt nichts zu sagen und soll euch nur rein aus der Ruhe bringen. Ich würde es einfach löschen und fertig. Es ist aber möglich, dass auch Telefonnummern probiert werden, über den Provider zu entwenden. Das ist etwas ganz Witziges, das habe ich auch erst gehört. Hier probiert man irgendwie Notsituationen bei den Providern vorzutäuschen, wo man dann sagt, dass man schnell die Nummer auf eine neue SIM-Karte übertragen soll. Klingt jetzt schlimm, ist es auch. Es wird euch aber relativ schnell auffallen, weil nämlich auf einmal euer Telefon auf einmal nicht mehr funktionieren wird. Und ich denke, jeder von euch schaut ein paar Mal am Tag aufs Handy und in dem Moment wird euch sofort auffallen, Hallo, das Netz ist weg und ihr werdet euch dann so schnell wie möglich mit eurem Provider in Verbindung setzen. Also es ist eher unwahrscheinlich, aber es wäre möglich, dass das Ganze passiert. Was gibt es dann noch? Ja, wichtig ist, es gab nur ein einziges Mail, das von Ledger ausgesendet wurde, wo sie darüber informiert haben, dass es eben einen Data-Leak gegeben hat. Angeblich betrifft es 272.000 Datensätze von Usern, die effektiv bei Ledger eingekauft haben. Aber was jetzt hier wichtig ist, wenn man sich das Ganze anschaut, es gibt hier keinen Link, auf den man klicken soll oder muss, der einen irgendwo hinführt oder etwas dazu zwingt, etwas zu installieren, weil etwas passiert ist. Und das andere, was man sich sofort anschauen sollte, ist die Mail-Adresse, wo das Ganze herkommt. Also das kommt vom ledger.com.au und da ist hinten nichts mehr dran. Warum ist das so wichtig? Das werden wir uns dann auf der nächsten Seite anschauen, weil jetzt werden wir uns dann die Fake-Adressen anschauen, wie das Ganze ausschaut. Also wichtig, es gab nur ein Mail von Ledger und das ist genau das, was ihr hier seht, wo ihr informiert wurde, dass es was passiert. Da müsste ich jetzt aufpassen, es könnte was auf euch zukommen. So schaut jetzt der Spam aus. Also wenn man sich das Ganze jetzt anschaut und nur den Head einmal betrachtet, dann kommt es auch von ledger.com. Aber wichtig ist, da hinten ist eine riesenlange Zeichenkette dran, was schon darauf hinweist, das ist nicht vom Ledger, das kommt von irgendwo. Übrigens möchte ich mich bei meinen Freunden bedanken, die mir diese Mails zur Verfügung gestellt haben, weil ich habe es selbige gleich gelöscht, aber Gott sei Dank haben einige das aufgehoben, so konnte dieses Video entstehen. Auch hier haben wir dann dieses Fake-Mail, wo dann direkt der Verweis auf irgendeinen Download ist. Man muss jetzt sagen, die ganzen Links sind wirklich super aufgebaut. Es schaut auch wirklich verdammt echt aus, aber wenn wirklich einmal ein Mail kommt, wo man dazu aufgefordert wird, irgendwas downzuladen und zu installieren, denkt daran, es handelt sich um Fake. Und wichtig ist, schaut euch immer den Absender an. Hier das Ganze noch einmal, in einer etwas abgewandelten Form, aber es ist einfach absolut genau dasselbe. Man wird hier auch wieder aufgefordert, irgendwas zu tun oder irgendwo hinzusurfen, irgendwo hinzuklicken. Das kommt nicht vom Ledger. Und wenn man sich dann die Mailadresse genau anschaut und das kommt irgendwo von Gmail oder von Yahoo oder von sonst irgendwas, dann weiß man schon genau, das ist ein Betrug und da wird einfach versucht, einem die Daten zu entwenden. Also auf keinen Fall irgendwas installieren oder sonst irgendwas. Und wenn ein Link irgendwo in eine Mail ist, das vom Ledger kommt, dann wisst ihr schon, das ist Spam, das ist nicht vom Ledger. Was hat man jetzt eigentlich zu tun? Ich sage es euch, wie es ist, schlicht und einfach gar nichts. Spams, Mails und Spam-SMS einfach löschen und ignorieren. Auf keinen Fall irgendeinen Link anklicken oder auf wirklich überhaupt gar keinen Fall irgendwas installieren. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Also rein wirklich auf die Seite gehen, Ledger Live downloaden, installieren, sonst nichts machen. Also ganz wichtig, auf keinen Fall irgendwas installieren, weil da kann es wirklich passieren, dass etwas verschwindet. Und das gab es in der Community schon, dass mich Leute gefragt haben, was ist jetzt zu tun, der verlangt von mir die 24 Wörter. Also auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall etwas installieren. Wenn euch das Ganze unterkommt, sofort deinstallieren, auf Ledger gehen, auf die Homepage, Ledger Live neu runterladen, neu installieren und das war's. Wie das Ganze dann zu konfigurieren ist, habe ich euch ja schon ein Video gemacht und das findet ihr auch unter dem Video schön sauber verlinkt. Gut, das soll es dann eigentlich auch jetzt für dieses Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat und einen Mehrwert bietet, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dass ihr wieder bei neuen Updates dabei seid und drückt natürlich das Glöckchen, damit ihr auch informiert werdet, wenn ein neues Video von mir auf meinem Kanal erscheint. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!